Ah, ist jeder Besuch bei dir ein heimlicher Besuch? Die meisten ja. Da ist ja vielleicht ein Kopfkino über die Jahrzehnte erwachsen, das ist so riesengroß. Ja, dann in der Realität, das hinterher umzusetzen, kommt dann ganz schnell so, oh, mi, 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 nee, das ist mir doch zu heftig und so. Das sind ja auch diese Dinge, die mich vorher abgehalten haben, in die Sexarbeit zu gehen, dass ich dachte, oh mein Gott, sind dann hinterher alles kranke Perverse und da bin ich ja gefährdet. Also ich bin als Versicherungsmensch jeden Tag in drei bis fünf Privathaushalte gegangen und ich wusste letztlich auch nicht, wenn ich in den Keller runter sollte, mir einen Wasserschaden angucken, ob da nicht hinterher doch irgendwie der Mörder mit der Axt auf mich wartet. Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Bevor der Podcast losgeht, hier noch eine kleine Triggerwarnung. In dem Podcast geht es um Sex und auch um sexuelle Handlungen und Vorlieben, die für viele vielleicht nicht so zugänglich sind und etwas extrem klingen könnten. Keine Sorge, wir werden nicht zu explizit, aber ihr solltet das auf jeden Fall wissen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Sie war früher Versicherungskauffrau, mit 39 ist sie Mutter geworden und mit 40 hat sie sich dazu entschieden, den Berufszweig der Sexarbeit einzuschlagen und Dominat zu werden. Heute betitelt sie sich selbst als die dickste Domina Deutschlands, hat auf ihrer Website ein vielseitiges Angebot von Vorlieben und Ausstattungen. Das geht von Tierspielen über Bondage bis hin zum Doktorzimmer und tagtäglich nehmen viele Menschen ihre Arbeit in Anspruch, hier bei uns in Essen oder in einem Studio in Duisburg. Sie sagt selber, ich will meinem Kind vorleben, dass man seine Träume leben und verfolgen kann. Und wieso das schon immer ihr Traum war, Dominat zu werden und wer die Menschen sind, die sich ja von ihr dominieren lassen wollen. Und wie das Leben als Sexarbeiterin und als alleinerziehende Mutter ist, das werden wir heute alles erfahren. Ich freue mich auf ein wirklich spannendes Gespräch über viele Dinge, über die man sonst wahrscheinlich eher nicht so spricht. Baroness Barbalon ist heute mein Gast. Hallo. Hallo und herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich finde es schon sehr schön, dass wir zusammengefunden haben, weil der Weg dahin war auch für mich ein bisschen abenteuerlich. Normalerweise weiß ich, wen ich einladen will und dann frage ich an und dann kommt die Person oder eben nicht. Aber ich habe festgestellt, jemanden zu finden, der oder die ganz offen über Sexarbeit sprechen will, das ist gar nicht so leicht. Und dann bin ich den Weg über den Berufsverband erotischer und sexueller Dienstleistungen gegangen, indem du dich ehrenamtlich engagierst, weil du selber sagst, über Sexarbeit muss mehr gesprochen werden. Wieso ist das so? Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also über Sexarbeit, finde ich, müssen wir einfach mehr reden, damit für die Öffentlichkeit auch einfach klarer wird. Das sind ganz normale Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Das sind normale Menschen, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und das ist letztlich ein Beruf, eine ganz normale Arbeit, die sehr facettenreich ist. Ja, diese Stigmatisierung, die uns noch auferlegt ist, die möchte ich natürlich Stück für Stück gerne ein bisschen abbauen und habe mich auch daher entschieden, ich zeige mich und rede darüber und beantworte gerne alle eure Fragen. Ja, ich habe tausend Fragen mitgebracht, auch aus der Hörerschaft. Ja, es ist ein Thema, das polarisiert, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und deswegen lass uns direkt auch mit unserem Podcast starten. Ich sage nochmal Hallo an alle, die zuhören. Ich bin Mona Belinsky, ihr hört Essen im Ohr. Zu diesem Podcast gehört auch der akustische Steckbrief. Und ja, bei dem Steckbrief heute finde ich das besonders interessant, weil ich weiß, du willst nicht ganz so viel von dir preisgeben. Ich probiere aber mal, wie viel du dir entlocken lässt. Schauen wir mal. Fangen wir mal an. Vollständiger Name. Also, ich arbeite unter dem Synonym Baroness Barbalon, die dickste Domina Deutschlands. Und mehr lässt du dir auch nicht entlocken. Im Moment nein. Nein. Wann und wo geboren? Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und bin 1981 geboren, also jetzt 41 Jahre alt. Wo bist du aufgewachsen? Oh, aufgewachsen auch in verschiedenen Städten des Ruhrgebiets. Zunächst in Bochum und danach sind wir in eine kleine Stadt verzogen, nach Mal. Und ja, studiert habe ich zum Beispiel auch zwischendurch mal hier in Essen. Ja, wie und was, da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt aber erstmal deine aktuelle Jobbezeichnung. Ja, meine aktuelle Jobbezeichnung ist Sexarbeiterin. Das möchte ich gar nicht so beschränken, nur auf die Domina, weil ich ja durch meine körperliche Besonderheit da auch einen, ja, nicht ganz so klassischen Domina Service anbiete. Und ja, Sexarbeiterin ist der richtige Berufsbezeichnung. Dein größtes Hobby? Oh, mein größtes Hobby? Oh, also im Prinzip habe ich ja schon mein größtes Hobby zum Beruf gemacht. Also eines meiner größten. Dann ist Musik ein ganz, ganz großes Hobby von mir. Ich liebe Musik, Livemusik, selber singen auch, ja. Deine Verbindung zu essen? Meine Verbindung zu essen, genau. Ich habe in Essen studiert. Nach dem Abitur habe ich erst ein Studium begonnen hier an der Uni Essen. Und ja, auch früher in meiner Jugendzeit, ich habe ja gesagt, ich bin in Mahl aufgewachsen unter anderem und wir hatten eine S-Bahn-Verbindung und die ging nach Essen. Und in Mahl war ja dann nicht so viel los und als Teenie sind wir dann immer nach Essen gefahren zum Shoppen und auch später dann samstags mal zum Party machen und so. Also von daher ist immer schon irgendwo so eine Verbindung zu essen da. Also du hattest keine Wahl. Es ging nur nach Essen. Genau. Wir zogen nur nach Haltern oder nach Essen. Es ist doch schön, dass die Wahl auf uns fiel. Lass uns dann direkt mal bei deinem Steckbrief beziehungsweise deinem Lebenslauf bleiben, weil der ja schon ein bisschen außergewöhnlich ist. Ich finde, wenn man das so hört, Versicherungsbranche und Kind bekommen Sexarbeit, so in dieser Reihenfolge, sage ich mal, dann ist es erstmal ungewöhnlich, weil ich finde, man kennt es vielleicht eher andersrum, diesen Verlauf. Kannst du uns einmal da kurz so ein bisschen durchleiten? Also du hast gerade gesagt, du hast unter anderem hier studiert. Ich habe tatsächlich die Idee gehabt früher, dass ich Archäologin werden wollte. Ach, nochmal was ganz anderes. Was ganz anderes. Also das war so mein Interessensgebiet, Geschichte und vor allem Archäologie. Da bin ich sogar mal einen Sommer nach Israel gereist und habe dort so ein Praktikum gemacht an der Uni Tel Aviv bei einer Ausgrabung mitgebuddelt im Sand. Ja und bin dann erstmal nach Essen mit einem Geschichtsstudium und Literatur, also Germanistik und habe da aber dann gemerkt, okay, also es ist schwierig mit den Uni-Zeiten meinen damaligen Nebenjob noch aufrecht zu erhalten, musste Stunden reduzieren und habe da dann schon nebenbei zu Hause noch eine 090-Nummer betrieben. Also damals wirklich klassisch, ich bin Studentin und ich brauchte das Geld. Kennst du den Spruch noch? Da sagt man doch immer noch so einen Spruch, oder? Nee, das war tatsächlich, dass man sich damals von so einer kostenlosen Dating-Line halt die Herren dann so angelockt hat, auf der kostenpflichtigen Nummer anzurufen. Ah ja, okay. Ja, genau, da gab es verschiedene Konzepte und später hatte ich noch eine andere Nummer, da habe ich mich dann eingewählt und habe dann von einem Operator jemanden durchgestellt bekommen, wo es dann darum ging, wurde vorher angesagt, hat der jetzt hier über eine geile junge Studentin oder über das Hexenhaus angerufen. Und das waren aber tatsächlich auch so für mich die ersten realen Sexarbeitsberührungspunkte und auch so die ersten Erfahrungen mit sehr außergewöhnlichen Fetischen, die mir da begegnet sind. Das kannte ich vorher zwar schon aus dem Fernsehen, da habe ich früher Wahre Liebe mit Lilo Wanders, ich glaube, das kam auf Vox, das habe ich also verschlungen und fand das immer super interessant. Auch so von einem psychologischen Aspekt her, hey, was machen die Leute da, warum machen die das, warum findet man sowas gut? Ja, und genau, das war dann so der Punkt, damals hier Studentin in Essen und nebenbei schon Telefondienstleistung im Erwachsenen-Entertainment-Bereich. Ich habe ein Zitat von dir gelesen, du hast mal gesagt, mich zieht alles magisch an, was nicht der Norm entspricht und das zeigt sich dann wahrscheinlich schon in der frühen Jugend. Ja, ich denke schon. Also ich habe immer schon so einen Hang zum Künstlerischen gehabt, zum Extremen, also Musik, ob ich jetzt im Operchor mitgesungen habe, ja, also wirklich so klassisch Kamina Burana und abends auf einem Metal-Konzert. Also, und ich finde, das ist ja im Universum, wenn man es so ausdrücken will, ja auch alles eine Frage der Ballons, ne? Also es gibt kein Licht ohne Schatten und die Frage ist eben halt, wie schaffen wir es, uns zwischen diesen beiden Polen zu bewegen, um nicht in dem einen oder anderen verloren zu gehen. Und heute bist du die dickste Domina Deutschlands. Wie kam es dann dazu? Ja, stimmt, die Kurve wollen wir noch kriegen. Ja, also es ist wirklich so, dass ich relativ spät Mama geworden bin, auch sehr überraschend. Ich hatte gerade in einer neuen Firma einen neuen Job angetreten und bin dann mit Unterleibsschmerzen zum Frauenarzt und dann kam die Diagnose schwanger. Ja, und das hat alles auf den Kopf gestellt. Und ja, dann, als ich so das Kind dann da hatte, habe ich sehr viel reflektiert über meine eigenen Werte und vor allem auch, was möchte ich meinem Kind wiedergeben? Du hast es ja im Intro schon erwähnt. Was möchte ich ihm weitergeben? Und da habe ich gemerkt, so mein oberster Wert oder für mich das oberste Gut ist eigentlich persönliche Freiheit, die sicherlich immer da endet, wo man die Freiheit eines anderen verletzen würde. Ja, aber da habe ich so gemerkt, okay, wenn ich dem Kind das jetzt erkläre, du kannst alles im Leben werden und du kannst deine Träume verfolgen und ich lebe ihm das selber nicht vor. Weil die Idee, Domina zu werden, die hatte ich schon sicher 15 Jahre lang immer wieder und habe auch zwischendurch mal ein bisschen erotisch gemodelt. Aber ich habe immer wieder gedacht, ach, so dieses konservative Umfeld im Job, ja, was sollen die Kunden denken, was sagt der Chef oder später in der Selbstständigkeit der Geschäftspartner, wenn der das mitkriegt, wie kommt das rüber? Und dann habe ich mich immer wieder, auch aufgrund des gesellschaftlichen Bildes, was so von der Sexarbeit existiert, auch abschrecken lassen und habe das dann nicht gemacht. So, und ich habe jetzt aber gemerkt, okay, ich kann meinem Kind ja nicht diesen Konflikt vorleben. Ich kann ihm ja nicht sagen, hey, verfolg deine Träume und mach, was du möchtest. Und selber renne ich jeden Tag frustriert und genervt in den Job und gehe da 40 Stunden oder sogar mehr, wenn du da was erreichen willst, arbeiten. Ja, hat er hinterher eine frustrierte Mama und sieht halt so diesen Konflikt, ne? Also so, ja, do what you preach, ne? Ja, aber ich finde, das eine ist die eine Sache, dem Kind quasi das vorleben wollen, was man ihm selber sagt, aber die Angst, die geht dadurch ja nicht weg. Wie bist du die denn losgeworden, dass du dann gesagt hast, okay, komm, egal jetzt, was die anderen sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich glaube wirklich, dass diese Kraft oder diese Stärke, das hat mir irgendwie das Muttersein gegeben, ja, dass ich gesagt habe, okay, was soll denn schlimmstenfalls passieren, ja? Also ich kann auf die Nase fallen, ich kann scheitern, aber auch das ist wieder ein gutes Beispiel eigentlich, ja? Weil nicht jedes Vorhaben im Leben geht auf, nicht alles, was wir im Leben anfangen, wird erfolgreich, aber es ist ja kein, ja, die Fehlerkultur in Deutschland ist so ein bisschen schwierig, es ist ja kein Scheitern. Ich habe nur lediglich einen Weg herausgefunden, wie es nicht geht und dann suche ich mir was anderes oder mache weiter und auch das kann man einem Kind vorleben. Es ist nicht schlimm, wenn du mal hinfällst, wichtig ist, dass du wieder aufstehst. Ich finde das total spannend und ich finde es auch ganz interessant, wie das Umfeld am Ende darauf reagiert hat, da können wir gleich gerne noch drüber sprechen. Da kamen auch viele, viele Fragen aus der Hörerschaft dazu, weil das ist, glaube ich, auch ein Thema, was sehr stark polarisiert, dass du allein als sie eine Mutter bist. Genau, aber erstmal würde ich noch einmal kurz über deine Arbeit an sich sprechen wollen, beziehungsweise nochmal ein bisschen über den Weg dahin. Ach ja. Ich bringe uns immer wieder zurück auf den richtigen Weg. Du bist dickste Dominant Deutschlands unter dem Titel Baroness Barbalon, warum? Ja, also tatsächlich sagte eine Kollegin, Mensch, du wirkst wie so eine Baroness und ich finde jetzt auch, ich bin jetzt kein junges, kleines Mädchen mehr. Ich bin auch so ein bisschen klassischer, nicht nur von meinen Formen her, mir gefiel das, also so ein Adelstitel geben sich viele Dominars. Aber Barbalon ist tatsächlich ein Name oder eine Figur, die mich schon sehr lange begleitet. Sie steht in verschiedenen spirituellen Konzepten für verschiedene, auch teilt sehr widersprüchliche Aspekte des Weiblichen. Ja, sie ist einerseits die große Mutter, die Schöpferin, die Leben schenkt. Auf der anderen Seite ist sie aber auch die große Zerstörerin, die Mutter der Abscheulichkeiten. Und sie taucht zum Beispiel auch in der Bibel auf als die Hure von Babylon. Ja, und das finde ich ist auch ein sehr schönes Bild, so als dominante Frau oder Domina, wie halt diese Hure von Babylon halt das Biest reitet. Ja, ein Bild oder ein Synonym dafür, wie hinterher dann doch die weibliche Lust über das vermeintlich starke Geschlecht, also die männliche sexuelle Energie quasi siegt. Ja, lass uns über deine Körperform kurz sprechen. Du sagst, dickste Domina Deutschlands, es ist ein provokanter Titel. Wieso hast du den so extrem gewählt? Ja, ich habe mir überlegt, wie könnte meine Bildüberschrift aussehen? Das dreifache D, ja. Genau, die Bildredaktion sich meldet. Ich habe ja in Essen Germanistik studiert, also diese Alliteration, dickste Domina Deutschlands. Das kommt immer schon mal gut. Und ja, habe halt wirklich so gedacht, okay, das wäre so die Schlagzeile. Deutschland hat jetzt eine dicke Domina, weil ich habe tatsächlich keine wirklich dicke Frau irgendwo in diesen ganzen Werbeportalen und so gefunden, die sich da hinstellt. Das sind diese klassischen schlanken Latexpüppchen. Und ich habe ja die Besonderheit, ich bin ja nicht einfach nur dick, sondern ich bin halt sehr polastig dick. Ihr könnt ja gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Auch das ist ein Wort, was man da sehr oft findet. Ja, polastig. Polastig. Eine sehr imposante Erscheinung. Man merkt, du hast was mit Germanistik mal gemacht. Ja, ich liebe Sprache. Ich liebe Sprache und Sprache ist ja auch so präzise zum Teil. Ja, ich liebe das. Dann bist du quasi in dieser Branche als ja dickste Domina Deutschlands aufgetreten, reingekommen und ich finde das spannend zu sehen, wie sich das dann so entwickelt hat, weil du bist quasi ja ziemlich unwissend zumindest auf der professionellen Ebene in die Branche gekommen. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich so bekommen habe, wenn ich auf deinen Lebenslauf schaue, auch wenn du dich privat damit vielleicht schon befasst hast. Aber trotzdem, ja, können wir mal darüber sprechen, was bietest du an und woher hast du das Wissen dafür? Ja, also ich habe ja, wie du sagst es schon, dadurch, dass ich mich so lange privat damit befasst habe, mit verschiedenen fetischen Vorlieben, auch auf privater Ebene schon sehr viel ausprobiert habe tatsächlich, war für mich halt immer so dieses, naja, was brauche es denn? Ja, also vor allem, was brauche es, wenn ich diesen Job selbstbestimmt und ja, unabhängig ausführen will? Und ich habe das auch immer gesehen als ein, ja, ein richtiges Business und als ich dann so weit war und sagte, boah, jetzt setzt du das in die Tat um, habe ich halt gegoogelt irgendwie Domina als Business und bin dort auf den Podcast meiner jetzigen Mentorin gestoßen. Und zwar die Aurora Nia Knox hatte dort ein Interview mit Dirk Kreuter, das ist ja Deutschlands größter Vertriebstrainer, den kannte ich also auch schon aus der Versicherungsseite. Und hat dort ein sehr schöne oder zwei Folgen sogar mit ihm gehabt und was sie erzählt hat über, ja, das Business und die Dienstleistung und wie sie BDSM sieht und wie wichtig auch Sexarbeit ist, dass das auch eine, ja, teils therapeutische Aufgabe ist, die wir dort übernehmen. Das hat mich so sehr angesprochen, dass ich halt bei ihr in diese Mistress-Akademie gegangen bin und ja, dort dann alles weitere gelernt habe, wie gestalte ich mein Marketing, wo kann ich inserieren, was sind überhaupt die rechtlichen Voraussetzungen, dass ich legal arbeiten darf. Ja, genau, so bin ich da reingekommen. Ich bin natürlich auch auf deine Website gegangen. Man hat gemerkt, du hast auf jeden Fall dich mit Marketing auseinandergesetzt, du vermarktest dich sehr gut. Und es gibt aber viele Wörter auf der Website, die ich noch nie gehört habe. Das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend, weil ich vielleicht nicht, ja, so in der Szene so aktiv bin wie du. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, das sind so viele Begriffe gewesen, die kannst du doch nicht alle vorher gekannt haben. Und dann warst du jetzt auf dieser Akademie, okay, trotzdem finde ich dann auch auf deiner Website das Abteil zum Beispiel Doktorspiele mit Katheterlegen und was weiß ich. Das ist ja nicht einfach nur dieses klassische Bild mit der Peitsche schlagen und das lerne ich mal in einem Workshop. Genau, also es ist sehr, sehr facettenreich. Und natürlich gibt es dort auch in dieser Mistress-Akademie auch Lektionen zu diesen einzelnen Praktiken. Das einzige, also der einzige Begriff, der mir privat bisher tatsächlich noch nicht untergekommen war, war die römische Dusche. Und das bedeutet eigentlich Leute, die gerne, ich weiß nicht, wie offen darf ich hier reden? Probier's mal. Also die, die gerne angekotzt werden wollen. So und das ist zum Beispiel auch ein Tabu von mir. Das ist für mich körperlich, schädige ich mich damit einfach zu sehr selbst. Also das mache ich nicht. Aber das war wirklich das Einzige, was mir jetzt neu war. Ich wusste, dass es das gibt. Das ist krass. Es gibt, also ich meine, du hast überall, keine Ahnung, ich glaube 60 Vorlieben auf deiner Liste und irgendwie fünf Tabus und die römische Dusche ist dann eins von denen. Aber das ist doch schon, also dann hattest du privat schon ein sehr starkes Interesse vorher, wenn man das alles kannte. Ja, dass ich alles schon privat gemacht habe. Ja, also manches kannte ich halt theoretisch schon. Und was mich halt sehr interessiert hat, auch dieser Klinikbereich. Da bin ich zum Beispiel auch zu einer, ja, zu einem Workshop, zu einer praktischen Fortbildung gefahren. Ja, da gibt es auch im Mistress Empire in Hamburg die Möglichkeit, bei einer Klinikerin, die wirklich auch jahrelang beruflich oder auch immer noch jetzt in Teilzeit beruflich OP und intensiv und Notfallkrankenschwester ist, diese Sachen auch wirklich dann praktisch zu lernen. Wie arbeite ich steril? Das ist ja alles hygienisch. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kann man nicht sagen, ich schiebe mal einfach einen Katheter, sondern das muss ja auch bestimmte Abläufe haben, dass man da jetzt nicht hinterher den Gast mit einer Blasenentzündung nach Hause schickt, weil man irgendwelche Keime eingebracht hat. Ich würde mal gerne eine Frage aus unserer Hörerschaft stellen. Maria hat über Instagram gefragt, ob das für dich auch eine körperlich anstrengende Arbeit ist. Ja, gerade der Bereich zum Beispiel Facesitting, was ja meine Spezialität ist, also das heißt, der Gast möchte ja entweder gerade auf seinem Kopf oder Gesicht, dass ich mich da drauf setze oder aber eben halt auch so auf dem Körper. Die möchten mein Gewicht spüren, die möchten unter so einer schweren, überdimensionalen Frau begraben sein. Ja, und da ist also ganz viel, ja, je nachdem, wie ich da arbeite, dass ich im Prinzip ganz, ganz viele, wie heißt es hier, Squats, Kniebeugen mache. Und da habe ich also auch wirklich manchmal richtig Muskelkater hinterher oder so ein Gast hat vielleicht auch mal ein härteres, knochigeres Gesicht. Und je nachdem, wie das so anatomisch ist, ich bin zwar gut gepolstert, aber auch ich habe diese Sitzbeinknochen und ja, das fühlt sich dann auch schon mal an hinterher, wie man mit dem Fahrrad auf den Hintern gefallen. Also es ist körperlich auch anstrengend, ja, aber die größere Anstrengung oder das, was am anstrengendsten daran ist, ist, glaube ich, die psychische Anstrengung, ja, weil ich ja möchte, dass derjenige, der zu mir kommt, eine gute Zeit hat und auch wirklich mit seinen Wünschen gesehen wird. Und da muss ich mich schon sehr darauf einlassen, sehr feinfühlig auch sein. Also dominar denkt man immer, Mensch, die haut ja nur drauf und fügt Schmerzen zu. Nein, es hat ganz, ganz vielschichtige Aspekte und das Peitschen oder so oder was auch immer das bedeutet, für den einen Gast das und für den anderen wieder anders. Und da muss man sich erst mal herantasten. Dafür gibt es auch immer vor der Session ein Vorgespräch, wo ich das noch mal genau erfrage. Ja, und das ist tatsächlich, finde ich, manchmal die kräftezehrendere Variante als die physische Arbeit dann. Finde ich super spannend. Wir haben im Vorgespräch da schon drüber gesprochen. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, du möchtest ein bisschen von dem Bild wegkommen, dass alle Menschen, die, ja, sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, irgendwelche komischen, zwielichtigen Typen sind so. Das passiert mitten in unserer Gesellschaft und dann lass uns mal über, ja, über deine Kundschaft sprechen. Wer kommt zu dir? Ja, also zu mir kommen ganz normale Menschen. Also mein Angebot habe ich gezielt offen gehalten. Also es dürfen auch Frauen und Paare, auch Menschen mit Beeinträchtigungen zu mir kommen. Aber bisher sind es eigentlich nur Männer. Und auch Männer, da fühle ich mich einfach zu Hause sicherer. Da liegt so meine Expertise drin, dass ich dann halt hauptsächlich Männer bespiele. Und diese Herren, das sind aber ganz normale Menschen. Ja, also das sind letztlich Männer wie, ja, wie dein Bruder, dein Vater, dein Onkel, dein Großvater auch, die halt zu mir kommen. Und ja, das sind ja auch diese Dinge, die mich vorher abgehalten haben, in die Sexarbeit zu gehen. Also ich dachte, oh mein Gott, und wer kommt da? Und es sind dann hinterher alles irgendwie kranke Perverse. Und da bin ich ja gefährdet, hinterher irgendwo im Keller zu landen, wenn ich einen Hausbesuch mache. Also ich bin als Versicherungsmensch jeden Tag in drei bis fünf Privathaushalte gegangen. Und ich wusste letztlich auch nicht, wenn ich in den Keller runter sollte, mir einen Wasserschaden angucken, ob da nicht hinterher doch irgendwie der Mörder mit der Axt auf mich wartet. Ja, also nur in dem Kontext, da hat sich da nie jemand Gedanken um meine Sicherheit gemacht, ja. Und natürlich wusste da das Büro, wo ich hingehe, aber auch wir Sexarbeiter untereinander sichern uns ab, ne. Dass man da jemandem sagt, wenn man Haus- und Hotelbesuche hat, wo man ist und gewisse Zeiten oder so vereinbart, wo man sich dann auch mal zurückmeldet mit bestimmten Codes. Also das ist ja nicht, dass wir da blauäugig irgendwie reinlaufen, ne. Aber es sind wirklich sehr nette Gäste, sehr respektvolle, sehr höfliche Menschen. Und bei mir findet da auch viel auf Augenhöhe statt, ne. Also es ist eine professionelle Dienstleistung, die der Gast erhält, auch wenn innerhalb der Session hinterher ein Machtgefälle entsteht, lässt er ja gutes Geld bei mir. Und da darf der auch vorher und nachher ganz normal behandelt und abgeholt werden. Und ja. Ja, du hast ganz, ganz viele Dinge kurz angerissen, über die ich gerne genauer reden würde. Thema Geld, therapeutischer Effekt und aber auch Absicherung. Da können wir vielleicht kurz zuerst drauf eingehen. Also ich habe gemerkt, wir haben im Vorhinein gefragt, was habt ihr für Fragen an dich, ne. Wir haben gesagt, dass du in einen Podcast kommst und haben unsere Hörerschaft gefragt, was wollt ihr wissen? Und es kam sehr oft die Frage, oh, eine Frau alleine, hast du einen Zuhälter, wie sicherst du dich ab? Hast du keine Angst? Was sagst du auf solche Fragen? Also ich habe keinen Zuhälter. Ganz, ganz wichtig. Also ich möchte auch keinen, ob es jetzt ein Zuhälter ist oder im Versicherungsbüro ein Chef, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte frei und selbstbestimmt arbeiten und das tue ich auch in diesem Job, ne. Natürlich selbstbestimmt in dem Rahmen, was ich anbiete und in der Session selber spielt natürlich der Gast die Hauptrolle, ja. Aber da kann ich mir auch vorher überlegen, ob ich das mache oder nicht. Ja, also ich habe ja gerade schon erwähnt, wir sichern uns ab, indem wir zum Beispiel einer Kollegin sagen, wo es ist. Oder auch bei mir zum Beispiel, weiß es auch manchmal meine Mutter. Ich bin ja auch in meinem engsten Kreis geoutet, ja, dass ich dann, weil sie zum Beispiel aufs Baby aufpasst, wenn ich irgendwo einen Termin habe, der mal in den Abendbereich reinfällt, dass meine Mama dann babysittet. Ja, und dann weiß sie natürlich auch, wo ich bin, hat die Adresse und Zimmernummer gegebenenfalls, ja. Und auch dann klare Anweisungen, wann sie sich an die Polizei zu wenden hat, wenn ich mich nicht melde oder so. Okay, also die Angst ist ja dann trotzdem da. Ich meine, du sicherst dich ab, aber die Angst ist trotzdem da, weil sonst würdest du dich ja nicht auf so vielen Ebenen absichern. Nein, also ich sehe nicht, dass das eine Angst ist, weil ich sage mal, es ist ja vorher zum Beispiel im Versicherungsbüro auch ganz normal. Da hat man ja sogar noch alle persönlichen Daten. Die haben wir jetzt ja von unseren Kunden, weil wir ja sehr diskret auch arbeiten, gar nicht mal unbedingt immer vorher. Also bei der Versicherung ist der ja durchaus schon mit Personalausweis und so identifiziert oder schon 20 Jahre in dem Büro bekannt. Aber ich denke, ja, also mit einer Angst, dann würde ich den Job nicht machen. Dann wäre ich da geblieben, wo ich war, in der Angst. Also ich bin über diese Schwelle durchaus hinaus. Ist denn schon mal was passiert, wo jemand die Polizei rufen musste? Oder ist schon mal was passiert, wo du gesagt hast, ah, das war irgendwie jetzt echt eine komische, unsichere Situation? Nein, gar nicht, gar nicht. Also wirklich nicht. Ach, im Gegenteil. Ich war wirklich viel positiv überrascht, was da so für Herren vor der Tür stehen. Ach genau, worauf ich noch hinaus wollte, die eine Variante ist natürlich, ich arbeite entweder in einem Zimmer, was ich angemietet habe oder ich gehe zu dem Gast in ein Zimmer, wo er ein Hotel gerade hat. Auf Geschäftsreise essen ist ja auch eine Messestadt oder so. Ja, oder eben halt, ich fahre zu ihm nach Hause. Und wenn ich zum Beispiel in Duisburg im Studio arbeite, da sind ja sowieso Kolleginnen vor Ort. Da ist eine Hausdame, die das alles koordiniert. Also da ist man ja auch gar nicht dann so alleine. Da gibt es Notfallknöpfe im Zimmer. Aber also mir ist das noch nie passiert, sondern eher im Gegenteil, dass ich ganz oft, ich weiß ja auch gar nicht immer, wie meine Gäste aussehen vorher. Die wissen, wie ich aussehe. Aber für mich ist es dann die Überraschung, wenn ich die Tür aufmache. Und da habe ich sehr oft schon Herrenstinger, wo ich dachte, wow. Also waren sehr höfliche, sehr gut aussehende Herren. Und wenn mir die im privaten Datingbereich begegnet wären, wäre das auch mein Beuteschema gewesen. Ja, dann würde ich gerne mal kurz was zitieren, was ich auf deiner Website gefunden habe. Die vielsprachige Baroness legt viel Wert darauf, im diskreten Rahmen ein vertrauensvolles, langfristiges Verhältnis zu ihrem Sklaven, Diener oder Masochisten aufzubauen. Und auf diese Art eigene Vorlieben mit denen des Besuchers zu vermengen. Legst du ja dann doch Wert darauf, dass du vielleicht ein langfristiges Verhältnis mit den Leuten aufbaust, dass du dann schon irgendwie auch ein Vertrauensverhältnis in dem Sinne aufbaust, dass du weißt, wer kommt. Du kannst dich darauf verlassen, vielleicht zahlen die also mit Sicherheit und du weißt, worauf du dich einlässt. Das ist also aus dem Grunde sehr, sehr wichtig, weil du kannst ja in so einer ersten Stunde, die man sich begegnet, häufig so an der Oberfläche kratzen. Da kannst du jetzt technisch diese gewünschten Praktiken irgendwo durchführen, aber halt wirklich dann tiefer vorzudringen, also seelisch. Vorsichtig sein, was man hier sagt. Das passiert ja wirklich auch erst mit einem gewissen Vertrauen, dass der andere, der sich mir hingibt, auch wirklich fallen lassen kann, weil der weiß, okay, die hat das unter Kontrolle, die kennt meine Grenzen. Und auch ganz wichtig, die hält auch Tabus ein. Also ich kann ja da einen riesigen Schaden verursachen, wenn ich da über irgendwelche Grenzen gehe, die jemand hat, wo was weiß ich, was für Traumata hochkommen oder ich neue verursache. Also das ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist ja auch in so einem professionellen Kontext auch ähnlich wie in einer privaten Partnerschaft. Wenn man sich kennenlernt, da ist alles ganz aufregend und heiß, aber man frickelt da so rum und hat so die Knöpfchen, an denen man bei dem anderen so drehen kann, fürs Feintuning noch nicht gefunden. Und das kommt natürlich auch hinterher mit einer langfristigeren Beziehung dann auf Domina und Kundengebene. Er ist ja beidseitig von Vorteil dann wahrscheinlich. Genau. Und auf der anderen Seite sagst du aber auf deiner Website, der Intimbereich von dir ist tabu. Und dann lese ich aber, du möchtest auch auf deine Kosten kommen. Ja, das kann ich ja auf ganz viel unterschiedliche Weise. Also ich biete ja ein sehr breites Spektrum an. Hast du ja gesagt, auf meiner Website ist ja ganz, ganz viel. Und da gibt es natürlich Dinge, die ich mache, weil ich es kann. Und das auch wirklich eine Dienstleistung dann ist. Und das tue ich auch aus vollem Herzen und stehe da total hinter. Sonst wäre es da nicht drauf. Aber dann gibt es natürlich so die Dinge, die sind dann eher so in meinem geschriebenen Text, so auf die ich eingehe. So sind so vier, fünf Sachen, wo ich sage, boah, das genieße ich und da habe ich Spaß dran. Und ja, es ist ja auch jetzt nicht so, dass ich immer völlig unerregt bleibe. Aber ich, ja, habe das, ich möchte das nicht, weil du sagtest mit dem Intimkontakt, dass das von vornherein für alle offen ist. Dass das wirklich so wirkt wie ein Angebot. So ach ja, jeder kann und darf. Sondern das möchte ich wirklich entscheiden nach Tagesform, nach Lust und Laune. Und wenn das für beide Seiten irgendwo passt, dann sozusagen, ja, du darfst auch mal oder kriegt der ein oder andere schon mal eine Flasche Massageöl in die Hand gedrückt und darf mich dann auch mal durchkneten. Und das genieße ich einfach. Oder Fußerotik. Ich habe sehr große Füße mit sehr breit und dann noch Größe 45. Und so eine Fußmassage, also ich liebe das. Also auch du profitierst, nicht nur finanziell. Genau. Ungewöhnliche Kundenwünsche. Ja, also es gibt ja so Anfragen, die sind meistens auch fake. Also da kommen oft dann Termine nicht zustande. Das ist ganz, ganz viel Kopfkino bei vielen Herren. Dass die das anfragen, ist dann quasi schon der Reiz. Ja, genau, das ist dann schon der Reiz. Da gehen die sich dann schon irgendwie drauf auf, dran auf. Und das sind so Sachen, wirklich so eine echte Kastration. Das mache ich nicht. Da bin ich raus. Ganz, ganz klar. Das sind Dinge. Okay, verstehe. Aber dann gibt es trotzdem den Großteil deiner Kundschaft, wo du sagst, das sind einfach ganz normale Menschen. Ja. Und jetzt haben wir zum Beispiel die Frage von Maria von Instagram nochmal. Wie alt sind die meisten Männer? Das kannst du wahrscheinlich auch nicht sagen. Es ist wahrscheinlich querbeet. Ja, das ist wirklich alles. Also wirklich vom jungen Anfänger her irgendwo, der sagt, Mensch, ich habe jetzt noch nicht viel Erfahrung. Student Anfang 20, schätze ich mal, war so der jüngste Gast, den ich bisher hatte. Ja, und dann eben halt auch wirklich ältere Gäste mit, ja, deutlich über Mitte 60 hinaus, ne, die das auch schon lange praktizieren und, ja. Und was ich noch spannend fand, als wir, ja, uns verabredet haben zu dem Termin, da habe ich noch gesagt, ja, wahrscheinlich geht es abends nicht so gut. Da bist du ja immer unterwegs und sowas. Und dann hast du sofort gesagt, nein, Quatsch, die meisten Leute, die machen das ja mittags, in der Mittagspause und was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, ah, ist jeder Besuch bei dir ein heimlicher Besuch? Die meisten, ja. Also das muss man ganz klar sagen. Da habe ich mir auch im Vorfeld viele Gedanken zu gemacht, wie stehe ich selber da moralisch zu? Ja, weil ich das, ja, es ist halt, es ist halt schwierig. Also wenn ich jetzt aus meiner Perspektive als Frau in einer Beziehung das sehe, dann würde ich das sehr schade finden, wenn mein Partner sich bei mir nicht so aufgehoben und gesehen fühlt, dass er sich nicht traut, vielleicht auch etwas Abnormere, Abnorm, das ist ja schon wieder so ein Wort, ne? Also etwas, ja, besonderere Wünsche nicht anzusprechen. Es gibt aber auch wirklich Herren, die das versucht haben, in der Partnerschaft zu kommunizieren oder die auch Ängste haben, die Partnerin damit zu verletzen oder zu verlieren. Und es, ja, da habe ich auch tatsächlich schon Gäste, die mir im Vorfeld mal gesagt haben, hey, wundere dich nicht, wenn ich danach dann schnell aus der Tür bin, der, also dieser Drankenfetisch irgendwann auszulieben, der wird ja immer größer. Und wenn dann so diese Lust gestillt ist, dann kommt das Gewissen, dann mögen sich auch viele selber gerade nicht gerne im Spiegel ansehen, weil sie sich schon schlecht fühlen, dass sie ihre Partnerin da betrügen. Ich denke, gerade diese professionelle Dienstleistung ist da aber immer noch der sicherste und der fairste Weg, weil, ja, also es wird dann nicht noch irgendwo emotional jemand involviert. Also emotional bleibt ja diese Beziehung dann intakt. Aber trotzdem stelle ich mir das so vor, dass es bei dir ja ein Besuch ist und das vielleicht auch ein längerfristiges Verhältnis ist und so weiter. Und das ist schon irgendwie so ein therapeutischer Effekt, der da mitschwingt. Es gibt ja auch dieses klassische Bild von Menschen, nehmen eine sexuelle Dienstleistung in Anspruch, nur um zu reden zum Beispiel. Also das ist ja auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, ob das ein Klischee ist. Auf jeden Fall ist das ein Bild, was man auch kennt irgendwie. Wie ist das? Gibt es sowas? Ja, ganz klar. Gerade so der Moment, dass, also was ja gesellschaftlich gerade dieser BDSM und Fetischbereich ja überhaupt nicht so anerkannt ist. Oder es ganz viel so, ah, das ist ja nicht normal, das ist ja alles schmutzig und wie kann man nur? Das ist etwas, was viele belastet und die auch selber denken, sie sind nicht normal und mit denen stimmt was nicht. Und wenn sie endlich einmal auf Verständnis treffen, da ist ja vielleicht ein Kopfkino über die Jahrzehnte erwachsen, das ist so riesengroß. Und ja, dann in der Realität, das sind ja Umzusätze, kommt dann ganz schnell so, oh, mi, 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 nee, ach so stark wollte ich jetzt, oh, das ist mir doch zu heftig und so. Also da geht es gar nicht darum, dass die alles so krass wollen, aber überhaupt mal dieses, das ausprobieren können. Gesehen werden wirklich, wer und wie sie sind. Also gerade auch die Herren, die kommen aus dem TV-Bereich, Crossdresser, also die sich gerne als, ja, als Frau verkleiden auch und so hergerichtet werden, so ein bisschen als Sissy oder meine kleine Hure dann ausgebildet werden. Das können die im Privatleben irgendwo niemandem anvertrauen, gegebenenfalls. Und das können die bei mir ausleben, da dürfen sie sein, wie sie sind. Da arbeiten wir das gemeinsam heraus, diese Figur. Und da endlich mal sich fallen lassen zu können, das hat wirklich einen ganz großen therapeutischen Wert. Und da gehen auch viele dann hinterher nach Hause oder zurück in ihre Jobs und sind dort auch einfach wieder gelassen und leistungsfähig, weil einfach dieser Teil, ja, auch irgendwo jetzt integriert wurde oder stattfinden durfte. Ja, oder angenommen wurde. Ich kann mir das auch vorstellen, wenn man jahrelang das mit sich rumträgt und denkt, man ist der Einzige oder die Einzige, die so denkt und dann, ja, trifft man jemanden, mit dem man darüber sprechen kann, weil es ist dann ja schon auch eine große kommunikative Aufgabe, die da bei dir mitschwingt. Das ist nicht nur das eine. Das ist auch bei manchen. Dann ist der Knoten geplatzt und dann so, oh Gott, und das ist so toll und ich danke Ihnen so und dann, das ist auch ein super schönes Feedback für mich, wenn ich dann hinterher nochmal eine E-Mail bekomme, wo das reflektiert wird oder einfach nochmal Danke gesagt wird und, ne, also das ist für mich immer der schönste Lohn, wenn jemand glücklich geht und vielleicht auch hinterher nochmal sagt so, Mann, ne, also wirklich, jetzt endlich konnte ich mal reden oder hat es jemand verstanden und, ja, das macht mich auch immer happy. Auch eine Seite, die wahrscheinlich so gar nicht bei vielen auf dem Schirm ist, dass das quasi auch noch ein großer Teil der Arbeit ist. Wir machen einen kurzen Break mit unserer nächsten Kategorie. Vorab entschuldige ich mich nochmal, falls hier die Baugeräusche im Hintergrund tatsächlich zu hören sind. Wir leben hier gerade kurzzeitig auf einer kleinen Baustelle in unserem Podcast-Studio und wenn man ein bisschen das Bohren hört, ja, dann ist das die Baustelle über uns. Entschuldigen wir uns auf jeden Fall viel, aber ich hoffe, es stört nicht weiter. Ich fange einen Satz an und du beendest ihn in unserer Kurzsatzrunde. Oh, okay. Das Erste, was Menschen sagen, wenn sie hören, was ich mache, ist Oh. Ein erfolgreicher Arbeitstag ist für mich Wenn ich tatsächlich ein bisschen K.O. bin, ich weiß, ich habe alles gegeben von mir auf körperlicher wie eben halt auch auf der seelischen, psychischen Seite und der Gast ist glücklich gegangen und ja, die Kasse stimmt auch, da bin ich auch glücklich. Das Erste, was ich mache, wenn ich morgens aufstehe? Ich trinke ein Glas Wasser, mit ätherischem Öl. Das Schönste an meinem Job ist? Menschen glücklich zu machen. Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann? Ich lache einfach. Also, ich merke es schon. Ich bin so einfröhlich, aber ich habe gar nicht gesagt, oh, ich muss unbedingt mal wieder lachen. Natürlich gibt es stressige Zeiten, aber ich glaube, ich lache so ganz viel, dass ich das gar nicht habe. Das ist auch eine sehr schöne Antwort auf die Frage. Körper sind für mich jeder auf seine oder ihre Weise schön. Weil ich habe mich gefragt, wie ist das für dich? Was ist das für ein Gefühl, wenn dein Körper oder deine Körperform ein Fetisch ist, sage ich mal, wenn ich das so richtig verstehe? Ja, das ist ein guter Ausgleich, da eine positive Anerkennung zu bekommen für all diese schreckliche Diskriminierung und schlimmen Kommentare, die mir da manchmal auf der Straße hinterhergerufen werden. Es ist vielleicht auch ein Teil eine Wiedergutmachung dafür, dass ich halt nicht in jedes Straßencafé gehen kann, weil einfach die Stühle nicht passen. Kann ich mir das nicht danach aussuchen, wer hat das beste Eis oder den besten Cappuccino, sondern muss dann gucken, wo haben die denn Stühle, wo ich hinpasse. Diese Alltagsdiskriminierung, die sich ja auch durchzieht, ob das jetzt die Sicherheitssysteme im Auto sind, die sind auf den Standard-Dummy ausgelegt oder auch in der Medizin, Dosierung von Medikamenten, die Größe von Kernspintomographen oder MRT-Röhren, alles Mögliche, auch die Vorurteile der Ärzte, die mich sehen und sagen, ja, Cholesterin und Bluthochdruck und Diabetes und nee, ich habe ein Lüb-Lymphödem und das ist auch sicherlich langfristig nicht gesund, aber trotzdem möchte ich auf der Straße nicht angesprochen, was mir nämlich gerade passiert, als ich hier, ich habe gerade schon darüber geredet, ja, ich habe auch den Kopf geschüttelt, dass mich da wirklich eine ältere Dame ansprach, ich trage heute, jetzt sieht man das ja nicht im Podcast, ein Kleid, das so ein bisschen aussieht wie so ein Petticoat und fragte sie, ach, tragen Sie ein Petticoat und ich sage, nein, wie ich halt so bin, das ist alles echt, ne, und sie sagte, oh, kann man da nichts gegen machen, also sie meinte das sehr gut und sehr positiv, aber wo ich so denke, okay, ich begegne doch auch keinem Menschen mit einer anderen Hautfarbe und sage dem so, oh Gott, kann man nicht was gegen machen, da gibt es ja demnächst eine Spritze, also das sagte sie mir dann auch noch, sie hat gehört, da gibt es so eine Spritze, die dann das Fett, und ich denke, ja, dann muss man sich auch wieder Gedanken machen über die Nebenwirkungen und also es ist alles ein sehr breites Thema, aber auch da wäre es schön, wenn so ein bisschen mehr Awareness einfach dafür da ist, nicht jeder dicke Mensch ist dick, weil er einfach nur, ja, ungesunde Entscheidungen in der Ernährung getroffen hat oder ein bisschen faul ist, was den Sport angeht, ich bin zu einer sehr sportlich aktiven Phase schon sehr in die Breite gegangen in der Pubertät, also das ist ja klassisch das, wo sich dieses Lipödem dann entwickelt und habe das dann so ein bisschen, naja, hingenommen und zugesehen und natürlich dann auch viel schleifen lassen, aber ich muss sagen, ich war auch schon deutlich dicker als jetzt, also die 200 Kilo hatte ich schon, da bin ich schon wieder von runter, ich mache eigentlich überall Werbung mit 150 Kilo plus X, weil ich möchte mich da auch gar nicht so drüber definieren lassen, also die Proportion, ob das jetzt 20 Kilo mehr oder weniger sind, die sind einfach sehr polastig und sehr kurvig und da geht es glaube ich gar nicht um das letzte Kilo, sondern vor allem auch darum, dass eine dicke Frau auch einfach mal selbstbewusst ist und sich sogar Dominanz rausnimmt, also darin liegt denke ich der Reiz. Würdest du sagen, ich meine es kommen sehr viele unterschiedliche Körperformen wahrscheinlich auch an Kunden, sag ich mal, zu dir, hilft dir da deine in Anführungszeichen besondere Körperformen dabei, das vielleicht zu akzeptieren? Ja, also die Frage kam zum Beispiel auch, dass man Chris hat sich gefragt, ekelst du dich vor irgendwas? Ich ekel nicht direkt, also ich finde, jeder Mensch kann sich einfach pflegen, die Gäste gehen ja auch im Normalfall noch mal vorher duschen, also optisch, da kann, was heißt, da kann niemand was für oder da wird auch jeder so angenommen, wie er ist und die Frage kommt ja interessanterweise auch immer im Zusammenhang mit Sexarbeit, aber einen Physiotherapeuten, hat man den schon mal gefragt, ja ekelst du dich einfach, wenn du da massieren musst oder das Knie da einrenken musst bei jemandem, der dir optisch nicht gefällt? Ja, also das ist doch auch eine Dienstleistung, ja und zum Friseur kommen vielleicht auch Menschen mit irgendwie Schuppen oder mit ungewaschenem Haar und dann muss der Friseur da auch durch. Ja, ich finde das super, dass du diese Vergleiche die ganze Zeit anbringst, auch vorhin mit dem, mit der Gefahr von einer Versicherungskaufrau, die zu den Leuten nach Hause geht und so, das ist alles nachvollziehbarer, wenn man mal einen Vergleich hat, der irgendwie dem Alltag ein bisschen näher ist vielleicht für die meisten Leute. Stichwort Alltag, ich kann die Frage vielleicht noch mal stellen, Chris hat auch gefragt, wie kann man Privates und Berufliches trennen? Also wie kann man das trennen? Es ist vollkommen klar, dass, ich sag mal so, die Arbeit, die ich jetzt im Hintergrund tätige, Marketing, meine Werbeanzeigen schreiben, Buchhaltung und so, also das mache ich quasi im Homeoffice, das kann ich morgens machen, bevor mein Kind wach wird, das kann ich machen, während er bei der Tagesmutter ist oder im Kindergarten, dann jetzt demnächst, während ich keine Gäste habe, ja, dann ist natürlich vollkommen klar, niemand kennt bisher meinen realen Namen, niemand kennt meine private Adresse, da tue ich das nicht, das ist mein oder unser Bereich und der bleibt auch, ich sag mal, safe. Ja, also im Versicherungsbüro weiß ja auch dann keiner, wo ich wohne, von den Kunden jetzt. und ich gehe ja ins Studio nach Duisburg arbeiten, in den alten, bizarren Bahnhof, da ist es natürlich vollkommen abgeschlossener Ort, es findet da statt, Haus- und Hotelbesuche oder so, also es sind halt immer schon andere Räumlichkeiten, externe Räumlichkeiten. Ich nehme mir, je nachdem, wie sehr mich so eine Session dann auch bewegt hat, danach auch einfach nochmal einen Moment Zeit und gehe nochmal duschen oder lese nochmal ein bisschen was oder komme einfach nochmal runter, bevor ich dann auch wirklich nach Hause fahre, weil gerade wenn ich intensiv gearbeitet habe, auch mental, ist es nicht immer so einfach sofort den Switch umzulegen und dann genieße ich die Autofahrt oder bestelle mir nochmal Sushi ins Hotelzimmer und fahre dann danach nach Hause. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da der Sprung nicht ganz so leicht ist. Wie hast du das gemacht, als du dich dazu entschieden hast, wie hast du das kommuniziert mit deinem näheren Umfeld? Wo hattest du das Gefühl, da ziehst du die Grenze, das kannst du sagen, da sage ich es lieber nicht. Hast du es überhaupt allen gesagt? Also als Erste wusste das meine Mama. Die hat natürlich gesagt, ja, wenn du meinst, weil das war jetzt für meine Familie ja auch nichts Neues. Ich habe ja gesagt, ich habe mich da schon bestimmt 15 Jahre lang immer wieder mit beschäftigt und da habe ich auch schon mal vor dem Familienrat gesessen und gesagt, ich möchte das gerne machen und dann kamen halt diese ganzen Einwände mit Milieu und Rockerbanden oder was weiß ich und dann hat man es doch wieder gelassen und wenn du da im Internet irgendwo auftauchst und du willst mal wieder in einen soliden Job und dann googelt dich da einer, Naja, also jetzt bin ich soweit. Ich glaube, dafür brauchte ich auch eine gewisse Reife, ein gewisses Alter, auch wirklich jetzt diese Vorbildfunktion für mein Kind auch als Mutter da zu sagen, nee, also wenn das dann jemanden stört, einen potenziellen neuen Chef, dann passen wir da vielleicht nicht zusammen. Aber es gibt genug Menschen auch zum Glück, die da auch schon offen sind und ich hoffe ja, dass es so gut weiterläuft, dass ich nicht wieder zurück muss in so einen normalen Job. Jetzt ist dein Kind, glaube ich, drei Jahre alt. Das heißt, du kannst mit ihm auf jeden Fall auch schon darüber sprechen, wo du hingehst vielleicht? Also das erzähle ich ihm nicht. Also der ist ja noch nicht aufgeklärt, gar nichts und auch da hat das erstmal überhaupt nichts verloren. Der weiß, Mama geht zur Arbeit, Mama geht arbeiten und er kennt auch das Konzept von Mama geht einkaufen und wenn wirklich mal einer der seltenen, wirklich seltensten Abendtermine stattfindet, und dann ist Oma da, also ob der dann zu einer, ob Mama jetzt mal eine Freundin besuchen geht oder ins Kino für drei Stunden. So, ich denke, das ist legitim, das tun andere Eltern auch und mehr muss das Kind gar nicht wissen. Der fragt auch noch nicht und wenn es dann mal soweit ist, kann man immer noch gucken, wie wir es kommunizieren, wenn er vielleicht auch von außen angesprochen wird, wobei das finde ich auch immer sehr dreist, dass Menschen von außen, die gar nicht wissen, wie es ist, sich dann ein Urteil erlauben und dann über so ein Kind irgendwo rangehen. Naja. Aber das heißt, damit beschäftigst du dich erstmal noch nicht, weil die Frage war auch sehr weit oben in unserem Ranking von den Fragen, die wir bekommen haben. Wie erklärst du deinem Kind bald den Beruf, wenn es vielleicht soweit ist? Wissen die Freunde von den Kindern, die Eltern von den Kindern das? Das ist ja wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Ebene. Aber da sagst du jetzt, da beschäftige ich mich dann noch nicht mit. Nee, genau. Da ist er einfach noch zu klein. Zum Beispiel jetzt die Tagesmutter, wo er jetzt ist, da habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu entwickelt. Die weiß schon, was ich mache. Da habe ich das auch erklärt. Das ist für sie auch eine total neue Welt gewesen. Ja, mein engstes Umfeld, so die engste Familie weiß es. Aber zum Beispiel meiner über 80-jährigen Tante, der würde es jetzt nicht erzählen. Also da wären wahrscheinlich zu viele Sorgen da und die möchte ich ja auch dann nicht in Angst versetzen und jemand mit 85 jetzt noch die Welt nochmal neu erklären. Das glaube ich, brauche ich auch nicht versuchen. Aber trotzdem sagst du, die Arbeit jetzt, die bietet dir so viel mehr Freiheit, auch finanziell. Ich weiß nicht, können wir darüber sprechen, was du für eine Stunde nimmst? Ja, natürlich. Es ist ja auch im Internet zu finden. Also mein normaler Stundensatz für die Dominatätigkeit, der beträgt 250 Euro. Da geht es los und je nachdem, was der Gast dann möchte, kommen da gegebenenfalls Zuschläge drauf. Aber dass es im Vorfeld auch immer alles ganz klar abgesprochen verhandelt, das ist also nicht so, wie man das noch so von früher, 70er Jahre im Puff kennt, ja, komm mal her, für 20 Mark und dann kommt noch mal und noch mal und noch mal drauf und hinterher hat mein Gast die Taschen leer gezogen. Also der weiß ganz klar, was er bestellt und was er kriegt und ja, da muss man natürlich sehen, diese eine Stunde ist ja die reine Arbeit am Gast. Der ist circa anderthalb Stunden bei mir, weil wir halt ein Vorgespräch vorher haben, der geht sich noch mal frisch machen, dann geht er sich auch hinterher noch mal wieder duschen, hat die Möglichkeit, noch ein kurzes Feedback-Gespräch mit mir zu führen, wenn er das möchte und dann ist ja noch ganz viel unsichtbare Arbeit, die da mit eingepreist ist, wie eben das Ganze, was zu jedem Business und Gewerbe-Selbstständigkeit gehört, wie Buchführung, Werbung, die Terminvereinbarung und sowas alles. Also sieht immer so schön aus, aber was dann hinterher netto überbleibt, ich zahle Steuer, Versicherung, alles. Also das, ja. Würdest du den Job als Domina weiterempfehlen? Das ist schwierig, weil das, kann ich nicht sagen, boah, ist ein super Job, mach das mal, wenn das überhaupt nicht zu dir passt, wenn du da gar keine Ambitionen zu hast. Also dann finde ich das immer schwierig, jemandem irgendwas zu raten oder aufzudringen. Das sollte aus jemandem herauskommen und nur dann, egal bei welchem Beruf, wenn man da wirklich hintersteht und da auch Freude dran hat und drin aufgehen kann, kann man ja auch wirklich erst richtig gut darin werden und vor allem auch lange und gesund in so einem Bereich dann arbeiten, ohne irgendwo von einem Burnout ins nächste zu springen. Dann lass uns das doch als Abschlussfrage nehmen. Was sind denn deine langen und gesunden Zukunftsvisionen in diesem Job? Ach, ja. Schwelgst direkt ab. Ja. Das ist natürlich viel mit Visionieren hat das zu tun. Ich spreche fließend Englisch und ich sehe schon in der Besonderheit, die ich so mitbringe, auch eine gute Möglichkeit für eine internationale Karriere. Ich hätte gerne, würde ich wegkommen von diesem, ich sage mal, Hoffnungsmarketing, dass ich jetzt darauf warte, dass sich jemand auf meine Anzeigen meldet und einen Termin bucht, sondern wirklich auch eine feste, zuverlässige Stammklientel habe. Ja, also da werde ich noch mit einigen Konzepten, die vielleicht mal entwickeln. Nur wichtig ist ja, ich bin ja relativ frisch jetzt dabei und nur weil ich jetzt sage, hey, ich bin jetzt hier am Markt, ich bin Domina, wissen ja meine potenziell zukünftigen Gäste auch noch gar nicht, dass ich da bin. Das heißt, da muss ich noch viel Marketing betreiben, dafür sorgen, dass ich gesehen werde und die richtige Zielgruppe da auch anspreche. Ja, und dass dieser Job gesehen wird, dafür haben wir hoffentlich ein bisschen jetzt in dieser Folge auch gesorgt. Ich habe gemerkt, schon im Vorhinein, auch durch die Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern, dass ja das Interesse super groß ist, weil das eben irgendwie so ein blinder Fleck auch ist und ich kann jedem jetzt einfach nur vielleicht mal empfehlen, der sich dafür interessiert. Auch ein Klick auf deine Website lohnt sich wahrscheinlich. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Damit sind wir am Ende von unserer Folge Essen im Ohr. Ihr könnt die hören auf Spotify, Apple Podcasts oder überall da, wo es Podcasts gibt und genau auf diesen Plattformen könnt ihr uns auch abonnieren und eine Bewertung da lassen, wenn ihr mögt. An dieser Stelle empfehle ich auch immer unsere Radio Essen Podcast Redebedarf oder den Tag in fünf Minuten. Uns gibt es alle zwei Wochen immer mit so spannenden Gästen wie heute. Ich sage nochmal Danke an Baroness Babylon und traditionell überlassen wir unseren Gästen das letzte Wort in unserem Podcast und das hast du jetzt. Ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass ich da sein durfte und wünsche euch allen einen wunderbaren Tag, eine tolle Woche und hoffe, dass ihr in die Kommunikation geht, vielleicht auch in den Beziehungen, einfach mal sich trauen, etwas mehr über Wünsche zu sprechen und ja, ich hoffe auch für die Sexarbeit heute ein bisschen mehr Transparenz geschaffen zu haben und man darf mich auch gerne anschreiben, auch über Social Media oder meine Webseite, wenn da Fragen kommen. Was ich dann so zeitlich stemmen kann, stehe ich gerne Rede und Antwort. Essen im Ohr Der Podcast Talk von Radio Essen Radio Essen Radio Essen Radio Essen Radio Essen